Nun ist es wirklich passiert, der FC Schalke 04 steigt nach über 30 Jahren in die 2. Bundesliga ab. Ja, man hat es schon seit längerem geahnt, die Mannschaft hat auch nicht wirklich Fußball gespielt. Man muss so fair sein, auch als Schwarz-Gelber fühlt man da natürlich mit den Blauen, mit den Schalker Fans mit. Aber im Endeffekt muss man sagen, hat es diese Mannschaft nicht geschafft, die Leistung auf den Platz zu bringen. Über 30 Spieltage und so ist es passiert. Am 30. Spieltag steigt der FC Schalke 04 nach über 30 Jahren ab in die 2. Liga. Und wer weiß, wo der Weg von Schalke 04 weiter hingeht. Und es gibt auch Neuigkeiten zum Thema Super League. Manchester City und der FC Chelsea bereiten den Ausstieg aus der neu gegründeten Super League vor. Und auch Barcelona und Atletico Madrid sind bereit, aus der Super League auszutreten, bevor sie überhaupt gestartet hat. Aufgrund der Proteste der Fans und da muss man einfach sagen, da haben die Fans anscheinend gesiegt und der Commerz hat verloren. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend und das war es mit den Breaking News.